Hallo LP Train at Home 39. Morgen ist Samstag. Das erste Mal, dass wir in dieser Quarantänezeit kein Video online stellen. Aber ihr alle seid herzlich eingeladen live an unserer Online-Klasse teilzunehmen. Wir werden das Work-Up machen ganz nach dem Motto Chaos via The Games 2018. Ihr werdet nicht wissen, wie lange die nächste Übung geht. Ihr werdet nicht wissen, was die nächste Übung ist. Aber es wird ein tolles Workout für uns alle zusammen. Das Einzige, was ihr dazu braucht. So ein Sixpack und euren eigenen Körper. Und dann werden wir eine geile Workout-Session haben zusammen. Würde mich freuen, wäre dabei. Morgen Morgen, 10.00 Uhr. Kommen wir doch. Kommen wir. Kommen wir. Ich war es so schön, indem ich mich. Ich wollte nur noch viel Zeit, das Geld sein würde.